ja willkommen mein name ist an die welt b und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom art dream drop distance in der letzte folge sind wir noch in der raster ein bisschen umgeeiert und ja auf screen habe ich versucht ein paar traumfragment hier einzusammeln oder zu fahren ja war nicht so erfolgreich weil nur glückspilz in dem an glückspilz gibt es wieder in dem spiel ist nicht so erfolgreich und ja da habe ich auch nur erfahrungspunkte und soweit alles eingestellt damit ich keine erfahrungspunkte bekommen und der was immer level bin und ja ja mir hat eigentlich nichts gemacht und ich habe ein paar truhen eingesammelt genau ich glaube ich habe jetzt mit zora in travers alle truhen nein damit so habe ich glaube ich gar nicht gespielt mit riko fehlt mir in travers noch eine ja wenn das city close glaube ich mit so alles und ja muss da bin ich auch noch ein bisschen rum gehandelt ein paar truhen eingesammelt fehlen immer noch ein paar und ja so wie das funktioniert tun die fertigkeitspunkte bekomme ich trotzdem fertigkeitspunkte auch wenn ich erfahrungen 0 einsätze also nur riko bekommt dann keine riko und zora bekommen keine charaktererfahrungspunkte aber die traumfänger bekommt trotzdem erfahrungspunkte also ja sollte mir das vielleicht merken wenn ich irgendwas level will so wir holen uns dann jetzt ein paar sachen ja ne magie es wäre schlafblock naja und bei link aktivierung habe ich gemacht damit die schon mal freigeschaltet sind und so magie hast wasser fest magie es wäre ich will in geheimen fahrt haben wir sehen was da ist ja gut dass ich habe jetzt ein paar dinger hier gesammelt paar punkte und vielleicht ein paar fähigkeiten und so hier freigeschaltet nichts und sonst so empfiehlt immer noch eine hat leider auch keine dinge ist hat hier an die graf attacken hast daher mit ihnen kann man jetzt kommen plus lernen genau ist nicht so interessant aber was soll es kreishof habe ich schon normal p bus mit der homo uns angriffskraft und sonst nix so was war dann kann ich ja sehen wer hier noch fertigkeitslink braucht und so du brauchst noch welche du brauchst noch ein du brauchst gar kein wer okay kann ich dich eigentlich aussortieren und mit immer anders ein wechseln ja gute frage mit wehen hatte ich ja noch mal ein paar andere mit hochgelebt glaube ich ja 106 hallo dass wir eine permanente charme her damit ich nehme an diesem herr mal nennt sonst durch jetzt hier verkommen umsonst machen haben wir da 200 giftsturz ja wir gar wie schlag kommen wir uns die sachen mal so haben es glaubt ihr noch mal wechseln so fertigkeiten weit haben wir ja die sind jetzt alle weg also nehme ich an die sind mit den geistern irgendwie im verbindung zu sitzen aber ich kann nicht ein oder aus machen also nehme ich mal an das liegt daran da ich mach kombo plus aus weil er schon projekte von mir gesehen hat er weiß ich stehe ich so auf die kombos aber ich habe charme und trotz kommt noch mal trotz kopf ich habe mit irgendjemandem trotz kopf glaube ich freigeschaltet wie ich hatte noch mal ich habe schon möglich bräuchte auch nicht mehr also trotz kopf du ich hatte glaube ich genug punkte 200 jahre trotz kopf bei uns möchte ich eigentlich auch nicht mehr defender das glaube ich eine dingens fähigkeit ich glaube ich muss auch ein bisschen so in der story weitermachen überhaupt ein paar neue viecher und so zu bekommen so hilfsboost nehmen wir das hier in uro ich weiß es wieder voll verschwendung hier für erst ein paar minuten damit ihr euch eine link verbindung nein wir wollen stufe und item was ich einfach schon farbstole gelb mal 30 ok darum verwandeln das ist jetzt nicht so ein problem finde ich muss deine dingens da unten ist machten jetzt muss überhaupt dass die effekte der beistands mal die länge anhalten mehrfaches installieren ich weiß nicht was das bedeutet jetzt muss der erste lieber eingehen da habe ich neu dunkel wenn ich jetzt mal wüsste wo ich hin muss ich glaube hier muss ich weiter schon wieder so ein paar tage ja deswegen stehe ich ein bisschen auf den schlauch warte mal ich habe jetzt trotz kopf ja jetzt ich kann jetzt nicht mehr so schnell kaputt gehen das ist gut wenn ich gleich schon der boss oder so würde es da ich ja die ganze zeit immer neue geister im team habe sind meine werte jetzt nicht so gut die ganzen effekte über flöten gehen okay gut mach mal das mal switch target kämpfe ja für mich muss gleich dann bei denen wo auch geht naja und die ich habe jetzt weiß ich nicht so lange gespielt bis seine wach anzeige weg anzeige wie auch immer hat den gemeist so weiß ich nicht was leer war ich glaube etwa vor der letzten aufnahme nämlich so ich habe genug erfahrungsbuch bekommen was allein wenn wir kommt sogar eine katzen oder so die weitere story geht ich bin hier verdammt jetzt war es mal zurück nach ding was mal wenn habe ich jetzt alles dabei das sehe ich mal nicht ein so hier habe ich eigentlich schon als gift blocken attacken hast wie graf funke gemacht ich habe unbedingt neue viecher also du kommst auch hier ein eisgar eisgar medica immer dich mal rein und folger feuer müde dich wegen gift schurz und leise warten ich brauche unbedingt neue geister das gehen wir mal zurück zu der raster noch immer ich da noch mal hin muss ich glaube da mal daheim ich weiß nicht mehr so lange her trotz kopf bin ich ja richtig so genutzt und da geht sogar weiter in der story so war der worte blöd sie ja nicht versteht vielleicht hat er ja ein clou sora wir haben ihn schon gesehen bevor die tür aufgegangen ist warte cora lass mich mit rinsler sprechen ein bisschen hart zu hart sein memory er ist ein program sora programs don't have hearts that's not true the tron i remember he had something hey you used to be called tron right who did something to you to mess with your memory you're a little confused but that's okay come on remember tron so war donald und kufi und kufi ich denke rinzler ist quite the friend you remember he just needs time das war schon wieder Diese Stämme kenne ich doch. Diese sexy Stämme. Die Stämme, mit dem es zu unterscheiden. Once, mein Master, Ansem, gefunden ein altes System und machte eine Kopie von seinem Master Control Program. Und es benutzt, um seinen eigenen Enden zu servieren. Das ist die Daten aus dem System. Hier, Daten können sich die Kopie geben. Die Erinnerung kann sich verändern und einfach zu manipulieren. Tron ist eine digitale Entität, also warum er etwas anders wäre? Er behebt die Regeln dieser Welt. Sora, was für dich? Ich? Dein Herz, die Erinnerung, deine Daten und deine Erinnerung. Die Bits und Bites, die dein Leben so weit gemacht haben. Kannst du sicher sagen, sie sind nicht nur Kopien von jemand anderem? Ja! Meine Erinnerungen und Gefühle gehören zu mir! Hatten wir nicht damals schon mit Roxas? Möchtest du sicher, dass die Boxen die Konten mit dem, was auf dem Label ist. Sie sind nicht gewählt. Sie sind 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 gewählt. Sie haben das schlimmste Ideen, woher sie sind. Das, was sie schon auf dem Weg gehen. oder jungen perfekte zeitpunkt hier so ein mantel zu tragen so ein geiler wind umeinander um ist ich bin schon hier 13 kohle unrepurposat ja unter den richtigen parametern ich kann du hast ein kleines nennen die kann es nicht das hand es und in Tron die die ich kann das ich kann das ist das es ist das ist etwas es Ich kann es nicht glauben! Ja. Ich denke, Tron hat dich verletzt. Es ist lange genug für mich zu entfernen. Du kannst es tun! Du kannst ihn durchführen! Sora! Du musst ihn käuern! Aber Korra! Wie kann ich... Du hast diese Gehe. Es bringt ihn zu seinen Sensen. Ich versuche es! Ja. Ja. Komm, Tron! Komm, Tron! Komm, Tron! Oh Gott! Aber... Das machen wir erst später. Weil das sehe ich jetzt noch nicht ein. Wir müssen noch mit Rico ja weiter machen. Weil er ist wahrscheinlich der stärkste Storyboss im Spiel. Da sehe ich noch nicht einen, als ich ihn jetzt schon bekämpfe. Machen wir erst mal mit Rico den Boss. um die Welt zu Ende. Sam! Go! Er ist auch solche Move. Er geht volle Mühe rauf ihn los. Was machst du hier? Durch das Flugzeug. Aber Clue wird hier in jedem Moment. Wir werden es nie machen. Geht's nicht. Riku ist hier, um zu helfen. Okay. Machen wir es mit Riku, die Welt zu Ende. Der Kampf gegen Rinsa ist hart. Da sehe ich eine Truhe. Gut. Das heißt Portale, meine Güte. Ich weiß nicht, ob ich hier die Dinger einsetze, ob die auch als Linkverbindung in CN hat. Wenn ich mich mal fragen. Hopp. Priced Shot. Ja, ich bin es glaube ich nicht so. Ja, super. Weiter. Alter. So habe ich trotz Kopf, ey. Das wäre ich tot gewesen. Meine Güte. Das ist doch nicht. Was? Boah. 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 Wo lande ich mir jetzt? Boah. Namachenst du die Truhe. Ich geh den mal einfach aus dem Weg. Es sind echt nervige Gegner. Die blöden Soldaten Typen. was auch immer jetzt ja auch so ungefähr am ende sein schatten springen eingesetzt habe und ja das sieht nachbaut aus warum schreist du denn so ich bin jetzt so ein paar spacken irgendwie volle megamen musik ja ich wusste ich habe die immer alte halter ding viel aus doch hier ist doch er trotz körper masse aber war ich denn hier noch mal also warum sind die gegner auch noch so stark ich war auf dem richtigen level genau verfräste habe ich so gefühlt noch mal ja ich will nicht auf landen wenn ich da auf landmann hey wir tun mein ding sehr voller höhen wenn wir aufhören hat jetzt mal mit riko zu machen vom glanz aber ist sowieso leicht tot gott nämlich nicht hier schon zwei wieder so oder so die dinge zu nehmen ja ich stand gerade da war ich jetzt nicht mehr war schon die ganze zeit da ja oder so ich wollte mich gerade heilen aber da musste sich ja zurück verwandeln mein gott ja ich werde hier schon voll gut gelevelt aber nein ich nehme ja jeden gegner mit wenn ich schon nicht nur mache wenn er schon wieder mit sein war 2,1 ehrlich ich habe aufstehen alter 3,3 wo ich werde sowieso gleich wieder zurück wechseln so war also mit normalen sturz so ich habe es mit so gemacht und wenn ich mich machen da klar aber wie schnell dieses schafft seine dinge zu mal hoch bekommen der blöden fährmaske ich irgendwie nie hoch habe ich so gefühlt naja weil fährmas bedeutet immer jahrzehnte bis ich mit ihr irgendwie den ganz hier hoch bekomme die ganze zeit irgendwie link verbindung und zwar ekaros ekaros und zwar macht schaden oh mein gott ja damals die ganzen neuen geister wieder da habe oder was hatte ich kriege ich aber von unübersicht dieser kampf weg mit dem andere gut ich habe gleich weg sofort gesehen sich direkt ob gott bin der kampf schon so schwer ist ne rinsela ja war gerade ich kann habe ich kriege ich schon bist du auch nicht die meiste zeit nicht treffen irgendwie naja putze man ja hier kann man neu in meine güte naja und weg bist du ich muss noch mal den machen nein der hat noch mal einen balken dazu bekommen ich krieg die krise war leichtes meinen sturz in zeige weg und der macht mich hier beinahe mit einschlag fertig wieder auf damit er wird mich hier verarschen weg aber ausgerechnet jetzt alle wenn es am wichtigsten ist einfach nicht wahr sein wieso zieht ihr ja nichts ab was soll hat ich bin gleich schon wieder wach verdammt stürzt gleich schon wieder man muss den kampf noch mal neu machen aber dann fragt du mal ja jetzt hat mir so ein mist jetzt gerade was kommt hermann oh mein gott und jetzt kannst du gleich noch mal mit uns laja ausgezeichnet aber schwer warum schreist denn du so perfektion ist denn es ist im passiv aber es ist auch so gerade in fronte was all the time du wirst du das weil ich nicht wenn ich kreide du ich bin sorry ich bin ich bin ich bin sehr ähnlich da versuchst du mal mit mir tritt er den alten mann einfach nein nein Warum? Er ist mein Sohn. Geh! Dad! Sam! Es ist Zeit! Nein! Sam, es ist das, was er will. Ich werde dich nicht verlassen! Geh sie! Ja! Geh sie! Geh sie! Geh sie! Was? Er ist echt ein Jedi Meister. Sollte ich vielleicht hier stehen, wenn das alles passiert. Und sich riecht einfach nur. Geh sie! Der Portal ist weg. Diese Gäte, die verbinden die Welt. Vielleicht, wenn wir sie durch. Wir haben sie versucht. Wir verändern. Und es ist nicht vorbei. Es gibt mehr Trennungen vor. Wir müssen uns überwinden. Ich weiß nicht, Sora tut sich vielleicht nicht so riesige Gedanken machen. Um all das, so wie du. Aber okay. Hier geht ein bisschen heitere durch die ganzen Welt hier. Doppel-Discos. So ist es mal schnell noch mit Sora Rinslaa Plätten. Kann auch noch in dem Party rein. Ja, darum kümmern wir uns ein andermal. Ja, bevor ich es vergesse. Äh. Mehr Angst, kraft weniger Magie. Ja. Und so können wir uns andere noch vielleicht aussisten. So, Sturz. Äh. So, dann versuchen wir mal Rinslaa. Da wird ein Spaß. Hi. Hi. Was geht? Oh Gott. Na ja. Na gut. Du bist nur eine Person. Du bist ein bisschen durchschaubar. Habe ich so das Gefühl. Kann schön blocken die ganze Zeit. Alter ist gut. Ja. 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 Sind irgendwie schwieriger eine Änderung. Aber es kommt das. Oh Juni war. Und ja. Wir stehen auf dem Kopf. Ja. 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 das verwirrende ich habe mich verteilen daneben war junge was hat nein man wirklich nicht einfach ging am anfang voll gut da es geht wieder nach oben nur ich mach mal einfach blocken das schien zu funktionieren nämlich aber wenn sie getroffen wurde aber nein 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 ein gewick ja mein anderer fischer gehen auf den los sehr wohl nur habe jetzt verknüpft wie man der getroffen wäre jetzt wieder nach oben mein gott wie er wegfliegt das kann man so wenig ab es hat es hat jetzt wieder nach oben da hin was sagt ich blocke scheint dazu klappen naja was weiß nicht was passiert bin ich irgendwie drauf werde jetzt wurde ich noch nie getroffen blocken scheint gut zu funktionen habe ich sorgt für jetzt geht schon wieder nach oben an was sagt manchmal wieder so eine kind vielleicht mit bringen da bitte sagt mir du machst genau was ich denke jetzt bist sowieso leicht tot ist das nein ja ich werde sogar geheilt mein gott ist viel früher einsetzen soll wer da nur sturzboden ich glaube immer wenn man mit beiden charaktere abgeschlossen hat weder kampf habe ich den kampf irgendwie sehr viel schwieriger in erinnerung und schuld Oh, Tron! Oh, I'll deal with you later. I have to retrieve Rinsler. He reached for my hand. Tron is still in there. You and that key have a special power. So do you. Power to make me see it. So, does that mean we're friends? Of course. What if my memories aren't my own? No. I've got to be like Tron. Maybe we're walking the wrong path. But our hearts will lead us back to the truth. Where are they? I've turned this castle upside down. Hey, are the other two still out cold? Dylan and Evan are conscious again, but still unstable. They're resting inside. Gotcha. Well, I guess I'll give the castle grounds a sweet. Don't. If they were back, we would have found them by now. Hmm. So, do you think they were blasting off to some other world or what? I highly doubt it. When someone who's lost their heart is recompleted, they should return to the place where it happened. And if that world is unavailable for whatever reason, a refuge is made for them in the realm between. A world called Traverse Town. They would be sent there. Or perhaps they should look. Okay. The fact is, we're here. We've been recompleted, right? So they should be here too. Blain and simple. I agree. It is strange. Ah, what a drag. Could they not have been recompleted at all? Well, you see... Ah, forget it. You know what? I'll bring them back myself. Huh? How exactly? Why do I always get stuck with the icky jobs? Vor allem wird nicht ein bisschen sehr merkwürdig. Der Auserbieter. Wäre es nicht ein bisschen merkwürdig, wenn Axel Wechseln wieder trifft. Oder mehr Lee Wendee, wenn Lee Wendee wieder trifft, weil er hat ja Wechseln getötet in Chain of Memories. Ich nehme an, das ist ein bisschen... Ja... Awkward. Und ja, Kampfstufe 18. Warte, was? Was? Was meint ich jetzt? Was? Ich weiß es nicht. Oder ist der zweite Hochwärme? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mit Soha das Paradies der bösen Buben. Und versuchen dann da ein bisschen hochzuleveln und so, weil... Ich habe derbe auf die Fresse bekommen in letzter Zeit. Das muss sich ein bisschen ändern. In dem Sinne sage ich da, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.